So, ich habe mich jetzt hier rausgesetzt. Ich habe gerade schon den Rasen gewässert. Übrigens, schaut mal, wie schön der Rasen geworden ist. Der ist so richtig gewachsen und hat sich miteinander verbunden. Also, er sieht doch nice aus, oder? Richtig, richtig hübsch, dadurch, dass es die letzten Tage einfach nur geschüttet hat. Ja, es hat den Rasen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut getan. Elias ist hier am Spielen. Ich habe hier schon seinen Sandkasten aufgemacht. Der Samu ist am Schlafen. Meine Schwester hat sich schon gemeldet. Die wird auch gleich rauskommen. Der hat ja jetzt noch eine Woche Urlaub und ich sitze hier schon gewassert mit meinem PC. Genau, ich möchte mich heute um so ein paar Sachen kümmern. Ich möchte nach einer neuen Sitze, also nach einer neuen Chill-Lounge für hier draußen schauen. Ich muss ein Video schneiden, E-Mails beantworten. Also, der normale Wahnsinn steht sowieso an. Dann muss ich nach einem neuen Handyvertrag schauen, denn mein Mann und ich haben unseren Handyvertrag gekündigt. Aus verschiedensten Gründen. Wir waren ja jetzt die letzten Jahre bei Vodafone. Ich denke, wir bleiben auch. Das Ding ist einfach, nach zwei Jahren, es gibt immer, es ist traurig, aber wahr, es gibt immer bessere Angebote für Neukunden als für Bestandskunden. Und jedes Mal, wenn wir gekündigt haben, oder ja, wenn wir gekündigt haben, haben wir dann doch eine Vertragsverlängerung gemacht, einfach weil wir dann bessere Angebote bekommen haben, als wenn es einfach weitergelaufen wäre. Dann passiert halt einfach gar nichts. Aber wenn man halt sagt, nö, der Monatsbeitrag ist mir zu teuer oder ich habe zu wenig Gigabyte oder, oder, oder. Man muss nur echt ein bisschen was sagen und dann kriegt man das alles. Genau. Aus diesem Grund haben wir gekündigt. Also, mein Mann wird wahrscheinlich seinen Vertrag weiterlaufen lassen. Allerdings möchte er kein neues Handy haben. Er wird wahrscheinlich meins nehmen, was ich jetzt habe. Das langt ihm. Noch nicht mal das braucht er, sagt er, weil er ist wirklich nur, ja, eigentlich guckt er sich nur Nachrichten auf dem Handy an, WhatsApp und das war's. Ja. Genau, deswegen wird er wahrscheinlich mein Handy bekommen und einen Vertrag nehmen, der so voll günstig ist. Also, es gibt richtig günstige Verträge für 10 Euro, für 16 Euro bis maximal 20 Euro mit was weiß ich wie viel Gigabyte. Also, richtig viel. Boah, da kann man eigentlich gar nichts sagen. Und ich werde, ähm, jetzt keinen normalen Vertrag mehr machen, sondern ich werde mir so einen Business-Vertrag machen. Also, ähm, genau. Aufgrund der Selbstständigkeit kann ich ja so Business-Verträge machen. Ich hatte das wie gemacht. Jetzt werde ich es aber mal machen, weil ich gesehen habe, dass man da auf jeden Fall auch noch mal sich was sparen kann. Ähm, genau. Die haben auf jeden Fall noch mal so Verträge, wo man ein paar Euro günstiger ist oder wo man mehr Gigabyte hat und wo man vor allen Dingen weniger für die Handy-Zuzahlung, ähm, zuzahlen muss. Genau. Ja, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich mir jetzt das neueste iPhone hole. Ich wollte eigentlich, ähm, es wird ja im September, Oktober das neueste iPhone rauskommen, ich wollte mir eigentlich das dann holen. Hab mich jetzt aber dagegen entschieden. Ähm, weil erstens weiß ich nicht, was ich dann zwischen, äh, ich glaube, Anfang Juli läuft unser Vertrag aus. Schuh anziehen. Was denn anziehen? Ach, dein Schuh anziehen? Ist der dir rausgeplumpst? Eieiei, warte, komm hier. Oh Gott. So, Schuh ist wieder an. So, ähm, genau. Also, der Vertrag läuft ja jetzt Anfang Juli aus und was mache ich denn zwischen Juli und Oktober, wenn ich Glück habe. Ähm, ja, da könnte ich ja dann einen neuen Vertrag aufmachen, aber was mache ich mit den Monaten dazwischen? Da habe ich mir schon gedacht, ob ich mir so eine Prepaid-Karte hole. Aber ich bin dann auch ständig am Handynummer wechseln. Das ist auch irgendwie blöd. Äh, wenn ich dann jetzt eine neue Handynummer angebe, dann in ein paar Monaten wieder. Das ist nicht so einfach, weil bei so vielen Kontakten und so vielen Geschäftspartnern ständig eine neue Nummer anzugeben ist mega ätzend. Ähm, ja, I don't know. Ich habe auf jeden Fall jetzt gesagt, komm, ich werde mir jetzt einen neuen Vertrag machen, so einen Business-Vertrag. Ich werde mir einfach das aktuelle neueste iPhone holen und wenn das allerneueste dann raus ist, dann werde ich auch noch mal zwei, drei Monate warten, weil die ersten Monate ist das neueste iPhone, das rauskommt, immer so utopisch teuer. Mein erstes Auto hat noch nicht mal so viel gekostet. Jetzt mal unten zu übertreiben, das ist einfach echt krass, was die iPhones kosten. Und da möchte ich einfach dann noch mal ein paar Monate warten und es mir dann holen. Genau. Dann werde ich vielleicht so ein halbes, dreiviertel Jahr das aktuelle iPhone haben und dann halt eben das neuere. Ja. Ich muss sagen, das aktuelle, was ich jetzt habe, das ist ja das XS Max Pro oder wie zählt. Ach, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall auch ein super Handy. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Zoll, dass ich meine Augen so zusammenkneife, aber es ist so hell hier draußen. Aber ich benutze ja mein Handy auch zum Arbeiten. Das ist es halt. Ja, ich muss auf jeden Fall auch eine Menge Gigabyte haben und sobald man eine Menge Gigabyte haben möchte, muss man so viel zahlen. Das ist echt krank. Aber das ist etwas, wo ich auch heute eben schauen möchte. Und mein guter Laptop. Da muss ich auch nach etwas Neuem schauen, weil der stirbt langsam. Richtig ätzend. Hey, Rocky, Miami. Hey, Rocky, wie ein Kankau läuft hier rum. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich heute alles mal abchecken möchte. Wow, ich habe ganze 20 Minuten hardcore gegammelt. Ich habe das Gefühl, ich bin sogar kurz eingenickt. Ich habe hier die ganze Zeit mit meinem PC gesessen. Ich beziehungsweise, wir waren ja draußen, als ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Genau. Ein paar schöne Fotos gemacht. Die Jungs und ich. Also meine Schwester von uns. Genau. Dann kam dieser Mann, der für dieses Wasser eben zuständig ist. Der war wirklich, ich glaube, eine Stunde, 15 Minuten hier. Also richtig heftig. Der hat alles Mögliche gemacht. Es ist ein bisschen besser, aber es ist noch nicht optimal. Er wird auch nochmal kommen. Genau, das ist der aktuelle Stand. Und als er weg war, beziehungsweise währenddessen, habe ich echt angefangen zu kochen, weil der Lias hatte Hunger, ich hatte Hunger. Genau, deswegen habe ich auch ganz schnell einfach nur Tortellini gemacht mit einem Tomaten-Paprika-Sahne-Soße. Genau, das haben wir beide gegessen. Und der Samu wurde dann auch schon quengelig, weil der Samu ist relativ früh aufgewacht bei seinem zweiten Schläfchen. Und die beiden Jungs haben bis eben geschlafen. Ich habe die um... Moment, der Handwerker ist so gegen 1, 1.15 Uhr, irgendwie sowas ungefähr weg. Ich glaube gegen... Dann war auch das Essen eben schon fertig, als er weg war. Das Essen fertig, wir haben direkt angefangen zu essen. Ich glaube so spätestens um, keine Ahnung, 25 vor 2 vielleicht, habe ich beide hingelegt und beide sind direkt eingeschlafen. Die waren richtig müde. Der Samu ist jetzt wach, den werde ich gleich runterholen. Und dann werde ich den Dias aber auch wecken, weil der darf nicht... Was heißt, der darf nicht? Er soll nicht zu lange schlafen, weil sonst geht er abends nicht so gut ins Bett. Also nachmittags maximal soll er 2 Stunden schlafen. Und der Samu hat sich irgendein Spielzeug geschnappt und beißt darauf rum. Der lag eigentlich auf dem Bauch und gerade hat er sich gemeldet, dass er wach wird. Und hat sich einfach mal auf den Rücken gedreht und jetzt spielt er mit irgendeinem Spielzeug rum. Wir haben da immer irgendwas am Bettkopf liegen. Ach übrigens, ich habe letztens einen Kommentar zu diesem Tattoo hier bekommen. Dann, was war das denn für ein... Irgendein Video, wo man mein Tattoo leicht gesehen hat, wahrscheinlich von jemand, der mich gar nicht verfolgt, hat geschrieben, dein Tattoo sieht richtig scheiße aus. Ja, mein Tattoo sieht richtig scheiße aus, weil ich es habe ja weglasern lassen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe verschiedene Tattoos weglasern lassen. Ich hatte ungefähr 6, 7 Sitzungen. Ich habe da gar nicht mitgezählt. Genau. Und da, wo ich immer hingegangen bin, die haben ja geschlossen. Und der nächste Laden von denen ist irgendwie utopisch weit entfernt. Und ich habe mich jetzt tatsächlich schlau gemacht. Über Tattoo-Entfernungen habe ich einen Laden gefunden, wo ich denke, dass die richtig gut sind. Die haben tolle Rezessionen und so weiter. Aber die haben erst Termine ab Juli. Also die arbeiten aktuell gar nicht. Ich weiß nicht, ob das was mit Corona zu tun hat. I don't know. Aber die arbeiten erst. Ich glaube, man konnte sich, ob Beratungstermine oder Weglasertermine, egal was, man konnte erst ab dem 18., 19. Juli Termine bekommen. Genau. Das werde ich dann auf jeden Fall in Angriff nehmen. Aber wahrscheinlich jetzt nicht sofort im Sommer. Weil das Ding ist, wenn du das gemacht hast, sollst du einfach nicht in die Sonne gehen. Weil das ist halt nicht gut. Logischerweise. Das ist dann halt eben eine richtige, das ist wie eine richtige Verbrennung. Und das sind halt einfach Stellen, wo die halt, ja, wie zum Beispiel hier vorne. Ich habe ja keine Lust, irgendwie dann, was weiß ich wie viel. Ich glaube, das war, also zwei Wochen auf jeden Fall nicht in die Sonne gehen oder in Chlorwasser. Oder weiß der Geier, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, was man halt nicht machen soll. Und danach soll man eigentlich auch, eigentlich soll man während der ganzen Behandlung direkte Sonneneinstrahlung einfach vermeiden. Genau. Weil es kann dann halt eben sein, wenn man Sonne drangelassen hat, dass im Nachhinein, wenn das Tattoo weg ist, dass dann da so ein Schatten bleibt. Also wie so eine weiße Fläche. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, Tattoos, die weggelasert wurden, dass da wie so eine weiße Fläche ist. Also wie so ein Abdruck vom Tattoo. Und das kommt meistens, wenn man einfach entweder natürlich falsch gelasert hat oder wenn man währenddessen einfach nicht konsequent gewesen ist. Also sprich, trotzdem in die Sonne gegangen ist oder, oder, oder. Also das letzte Mal wurde ich ja gelasert. Das war, ja, bevor ich mit Samu schwanger gewesen bin. Genau. Also das war gerade so im Frühling. Also da war noch keine direkte Sonneneinstrahlung. Und dann über den kompletten Sommer hinweg mit Samu habe ich auch immer darauf geachtet, dass ich was habe. Also wirklich ein paar Monate, ich glaube so drei Monate locker habe ich darauf geachtet. Und ab dann bin ich erst wieder in die Sonne gegangen. Wo wirklich, ja, alles 100 Millionen Prozent abgeheilt war und, und, und. Genau. Weil ansonsten ist es so, dass man normalerweise sich alle sechs Wochen lasern geht. Das heißt, man hat gerade so diesen zwei-, dreiwöchigen Heilungsprozess. Und dann ist es ja trotzdem immer noch so ein bisschen, ja, wenn man so drauf drückt, fühlt es sich dann an wie so ein blauer Fleck. Und es ist dann gerade so super abgeheilt, dann kommt schon die nächste Behandlung. Deswegen ist es immer so ein bisschen tricky. Also eigentlich muss man während der ganzen Behandlung die Sonne meiden. Deswegen, ich glaube, ich werde vielleicht so ab September, Oktober wieder anfangen, würde ich sagen. Je nachdem, wie dieses Jahr das Wetter ist. Ich meine, letztes Jahr im September hatten wir 40 Grad. Deswegen, wir werden sehen. Ich möchte auf jeden Fall, ich hatte es ja dann zum Beispiel auch so gemacht, während der Behandlung, als wir im Urlaub oder so waren, habe ich festgestellt, könnt ihr euch noch erinnern, habe ich das ja so abgetapet mit schwarzem Tape. Habe ich überall die ganzen Behandlungsstellen einfach abgetapet oder dann unten am Bein zum Beispiel sehr oft lange Hosen angezogen oder auch getapet. Also ich habe immer versucht, wirklich, wenn ich dann in die Sonne gegangen bin, wenn es nicht zu vermeiden war, wie zum Beispiel im Urlaub, klar möchte man sich dann in die Sonne legen, habe ich es immer abgetapet. Ich hatte auch immer eine weiße Stelle, das war mir auch egal, Hauptsache. Also bis jetzt, es sieht auch richtig gut aus, richtig gut verheilt alles. Genau. Jo, das wollte ich euch nämlich auch mal erzählen, habe ich total vergessen. Ich habe mich da schon vor ein paar Wochen drum gekümmert. So, wegen dem Zaun, ihr Lieben, richtig genial. Ich habe euch ja erzählt, wir hatten da so ein bisschen Drama, dass die gesagt haben, ja, wir liefern dann in so sechs Wochen den fehlenden Pfosten und wir so, nee, habt ihr ein A offen? Also geht gar nicht und haben da echt rumgemacht, rumdiskutiert und so weiter und so fort. Letzten Endes haben die dann gesagt, ja, wir liefern den, aber gegen Aufpreis von 20 Euro Liefergebühren. Das hat dann auch das Bauhaus übernommen auf Kulanz. Richtig nett auf jeden Fall. Und dann war es so gewesen, dass die gesagt haben, ja, wir können es aber nicht direkt zu euch liefern, also direkt zu uns, sondern die müssen es zum Bauhaus liefern, weil die eben Großunternehmen sind und die liefern dann halt eben nicht zu Privatpersonen. Okay, alles verständlich. Und das Bauhaus hat heute Morgen angerufen und gesagt, dass die Sachen angekommen sind und dass wir sie entweder jederzeit abholen können oder die werden am Freitag geliefert. Und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, diese vier, fünf Tage machen es jetzt auch nicht mehr aus. Wir haben jetzt so lange gewartet und uns den Stress zu geben, diese 2,40 Meter Stange irgendwie in irgendeiner unserer Autos zu bekommen und 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 am Ende passt es nicht oder so. Bevor wir uns diesen ganzen Scheiß Stress geben, lassen wir uns ganz gemütlich am Freitag liefern. Wir haben unserer Firma schon Bescheid gesagt, die kommen am Samstag, setzen den fehlenden Pfosten dann rein und der Zaun wird endlich geschlossen und alles sieht fein aus. Richtig, richtig, richtig genial. Genau, die ganzen fehlenden Teile, die eben noch so gefehlt haben, die werden da auch am Freitag mitgeliefert, genau. Boah, ich bin richtig happy, richtig, richtig, richtig genial. Und dann ist dieses Zaun-Thema, was jetzt gute zweieinhalb, drei Monate, ja locker drei Monate, vier Monate war ja allein schon, vier Wochen war allein Lieferzeit. Dann mit fünfte Woche eben noch mit der Lieferung vom Bauhaus direkt und dann nochmal eine Woche warten, bis die Arbeiter dann kamen. Die ganzen Wochen davor mit Zaun aussuchen, bis uns allen einer gefallen hat. Dann war es irgendwie eine falsche Bestellung, dann wieder storniert, dann wieder was Neues, in verschiedenen Bauhäusern gewesen, verschiedene Sachen angeschaut. Das Internet, ich kenne, glaube ich, jede Zaun-Seite dieser Welt so gefühlt. Also dieses Zaun-Thema, oh mein Gott, das war so leidig und so, 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 so langwierig über so viele Monate. Ich bin so froh, dass wir am Samstag einen Haken dahinter setzen können, das könnte ich gar nicht vorstellen, wow. So, jetzt hole ich mal meine Babys runter und dann werden wir hier mal eine Runde spielen und auf meinen Mann warten. Wenn mein Mann da ist, werde ich mal zum Fitnessstudio gehen und ja, mal eine Runde mit denen quatschen. Ich möchte wissen, ob es endlich mit der Maskenpflicht vorbei ist oder ob man da irgendwie eine Ausnahme machen kann oder wie das ist, weil ich möchte einfach wieder echt in den Sport gehen. Und ich muss mit denen auch quatschen, weil die haben mir damals eine E-Mail geschickt, als Corona angefangen hat, wo alles zu war, haben die eine E-Mail geschickt, dass sie halt kein Geld einbuchen, weil man kann ja auch nicht trainieren gehen. Macht Sinn, dass man kein Geld einbucht, wenn die Kunden gar nicht die Dienstleistung praktisch bekommen. Und auf einmal haben die jetzt, ich glaube, letzte Woche komplett für zweieinhalb, drei Monate, für den nächsten, also auch jetzt für den kompletten Juni, haben die schon komplett alles abgezogen. Ich habe das direkt mal zurückgehen lassen. Ich glaube, die haben ein A offen. Ich würde direkt mal sagen, sagen wir mal, Leute, ihr habt selber eine E-Mail geschrieben, dass ihr nicht geöffnet habt, dass ihr deswegen auch natürlich keine Zahlung einbucht und so weiter. Das macht alles Sinn. Aber dass ihr jetzt nach dieser ganzen Zeit plötzlich die Zahlung einbuchen möchtet, auch noch der letzten Monat, wo ihr geschlossen hattet und ich gar nicht trainieren konnte, das macht keinen Sinn. Ja, und im Idealfall, falls alles gut läuft, werde ich auch direkt trainieren gehen. Wenn alles mies ist und ich mich dann auch noch zusätzlich aufrege, dann weiß ich nicht, ob ich dann einfach zum DM rübergehe und einkaufen gehe oder ob ich trotzdem trainieren gehe. Ja, genau. Ich muss mich dann, glaube ich, erst mal abreagieren. Wobei abreagieren auf den Stepper eigentlich ganz gut geht. Deswegen, mal sehen. So, Leute. Jetzt mal den kleinen Mann hier holen. Sag mal, du hast dich komplett umgedreht. Der hier sowieso schon wach ist. Dann muss ich gleich den Lias decken. Ich muss so dringend wieder trainieren. Dringender geht es, glaube ich, kaum, weil man merkt schon. Also, ich bin auch oft außer Atem. Definitiv wegen meinem Asthma beziehungsweise wegen meinen Allergien. Leute, ich hätte euch mal, dass die letzten drei, vier Tage filmen müssen. Ab dem Nachmittag, vor allen Dingen, wenn es sehr windig ist. Hier sieht es aus bei uns draußen, als ob es schneien würde. So, Nummer eins. Bitteschön, Spielzeug. Ich muss den Bruder holen. Also, was wollte ich sagen? Pollen ohne Ende. Ich bin hier wirklich mehrmals am Tag am Staubsaugen. Beziehungsweise am Pollen saugen. Hier ist es wirklich in der Ecke. Die sammeln sich dann, weil wenn man hier die Tür aufmacht, dann weht es halt rein. Ich versuche das vielleicht später mal einzufangen. Also, die letzten drei, vier Tage war es so heftig. Wirklich, du hast rausgeguckt und man hat gedacht so, wow, es schneit. Und das juckt ganz schön in der Nase. Ich bin viel am Niesen, viel an meiner Taschentücherbox. Schaut mal, die ist immer neben mir am Start. Ja, ist nicht so geil. Deswegen bin ich superschnell außer Atem. Wie gesagt, wegen dieser Asthma-Geschichte und wegen den ganzen Allergien. Und definitiv, weil ich einfach absolut keine Kondition habe, ich muss meine Kondition aufbauen. Ich habe das Gefühl, ich habe so richtig keine Luft, wie wenn man schwanger ist. Wie wenn man schwanger ist. Alle, die schon mal schwanger waren, kennen das. Man atmet ein und man hat das Gefühl, man hat nur 50 Prozent eingeatmet. Und kann demnach auch nicht mehr richtig gut einen ausatmen. Also, richtig, richtig unangenehm. Und ich hoffe, dass wenn ich einfach wieder regelmäßig trainiere und was tue, dass das ein bisschen besser wird. Das war eigentlich in der Vergangenheit bei mir immer so gewesen. Dass es ein bisschen besser wird. Und ja, ich hoffe, dass dann auch mal bald diese ganze krasse Allergiesaison irgendwie rum ist. Weil das geht ja jetzt schon seit, das hat schon im Februar angefangen. Ich habe das Gefühl gehabt, auch dass diesen Winter, der Winter war gar nicht so richtig da. Es hat mal geschneit und es war auch kalt, ja. Aber es war kein richtiger Winter über drei, weiß ich, zwei, drei Monate, dass es so richtig heftig war. Aber die Leute, die hier auch wohnen, weil wir sind ja auch noch hier wirklich auf einer Region. Wir sind ja hier auch auf dem Berg. Hier ist normalerweise, die haben gesagt, die, die hier schon lange wohnen, hier ist normalerweise immer richtig heftig Schnee. Hoher Schnee, kalter, tiefer Winter. Und die haben gesagt, dieses Mal, das war noch nicht mal 30 Prozent von dem, was einfach die letzten Jahre der Fall war. Und ja, hallo Klima-Werbung, sage ich nur. Beziehungsweise, ich habe auch teilweise das Gefühl, die Monate, also Frühling, Sommer, Herbst, Winter, dass sich das total verschoben hat mit den letzten Jahren. Also, wie schon gesagt, im letzten Jahr hatten wir im September, was eigentlich ja schon so zu Herbst auf jeden Fall, auf jeden Fall zu Herbst zählt, war es einfach mal 40 Grad. Also richtig, richtig krass. Bis der Winter richtig angefangen hat, war es locker irgendwie so gefühlt Januar, Februar. Und dann war es aber auch schon wieder Frühling, weil der Winter gar nicht so richtig da war. Also, naja, wir werden sehen, wie es dieses Jahr wird, wie der Sommer kommt und so weiter. Deswegen habe ich auch gesagt, wegen meiner Tattoo-Entfernung, ich warte ab, bis der krasse Sommer vorbei ist, weil da war er noch nicht. Meteorologisch, glaube ich, auf jeden Fall, sehr vor ein paar Tagen. Aber schaut mal, unser erstes Bild. Der Lias hat schon Bilder gemalt, aber es war ja eher so ein Gekritzel. Und jetzt hat er so Stempel bekommen von meiner Schwester und hat dann lauter Stempel drauf gemacht. Ich habe die auch geschrieben. Lias, 6.26, habe jetzt einfach mal da dran gemacht. So, jetzt muss ich den Lias wecken, ganz, ganz dringend. Der ist super über seine Zeit, der wird heute ein bisschen später ins Bett gehen. Ja, bin ich da, zieh und du wartest hier mal kurz auf deine Mama und deinen Bruder, okay? Hallo, hallo, hallo? Bist du schon wach? Aufstehen! Hallo ihr Lieben, ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Ich war im Fitnessstudio und diese Zahlung, die ich leisten sollte, war tatsächlich korrekt. Genau, also für, das stand nur irgendwie falsch, also für April habe ich gezahlt, für Mai gar nichts und für Juni nur die Hälfte. Genau, oder war es für Mai nur die Hälfte? Auf jeden Fall haben die es mir gezeigt im Computer, weil diese Summe ist so hoch, weil ich diese Gebühr zahlen musste, wenn man sich anmeldet, wenn man halt das neue Bändchen bekommt und so weiter und so fort. Deswegen war es so hoch, es war jetzt auch die erste Zahlung, die jetzt kam, weil ich habe mich angemeldet und zwei Wochen später war Corona und die kommen noch nicht mal von mir abgebucht. Ja, ihr habt es gesehen, ich war im Fitnessstudio gewesen, nicht so lange, etwas über eine Stunde. Slow motion habe ich gemacht, man muss keine Masken tragen, aber sowas wie Mindestabstand und man darf nicht mit Tanktop kommen oder sowas. Ich hatte einen Tanktop angehabt und hatte Gott sei Dank noch eine Jacke dabei. Ich habe die Jacke dann angezogen, habe die halt hochgekrempelt und mit der trainiert. Genau, also kein Tanktop oder bauchfrei oder sowas. Also man soll schon den Schweiß sozusagen auffangen mit seinen eigenen Klamotten. Ja, da ist dann auch viel mehr Desinfektion, wenn man halt ein Gerät benutzt, davor sauber machen, danach sauber machen. Eigentlich sollte man das sowieso immer machen. Aber es halten sich nicht so viele da dran. Gerade wenn man es dann selber benutzt hat, dann geht man schnell zum nächsten Gerät. Also ich war da ja schon immer so ein bisschen pinzig. Ich mache meine Geräte immer sauber, bevor ich dran trainiere. Und wenn ich weggehe, mache ich sie auch immer sauber. Genau, und danach bin ich kurz zum DM rein. Ich habe ein paar Sachen gekauft, die jetzt dringend waren, aber habe keinen richtig großen Einkauf gemacht. Ich bin echt dabei überlegen, ob ich das online machen soll oder die Tage dann nochmal hingehe. Genau, weil es jetzt halt alles so spät abends war. Ich wollte eigentlich noch einkaufen gehen. Das habe ich jetzt dann auch auf morgen verlegt. Ich bin zum Edeka nur kurz rein, weil unser Salatdressing jetzt seit ein paar Tagen leer war. Und wir haben es jetzt mehrmals versucht, im DM wieder zu bekommen, aber es war ständig leer aus Verkauf. Die kriegen es auch erstmal nicht mehr, hat die Verkäuferin gesagt. Jetzt habe ich die dann halt beim Edeka geholt. Ich habe mir jetzt, oder beziehungsweise mein Mann und mir schon einen Salat gemacht. Und wir haben jetzt auch noch unsere Sticks im Ofen. Werden wir gleich essen und den Abend auskriegen lassen. Ihr Lieben, ich würde sagen, ich melde mich dann morgen wieder bei euch. Also macht's gut. Ciao, ciao.